Spielchen ist eigentlich bekannt, 60 Sekunden, ich beginne einen Halbsatz und Sie vervollständigen bitte. Auf geht's, die schnelle Minute mit Klaus Alofs. Wir können Real Madrid ausschalten, weil? Wir auch eine sehr gute Mannschaft sind. Wir werden Ronaldo stoppen, indem? Wir das nicht nur einem Spiel überlassen, sondern als ganze Mannschaft gegen ihn arbeiten. An Dieter Hecking schätze ich? Ja, dass wir loyal miteinander arbeiten und dass er die Mannschaft nach vorne bringt. Wenn ich nicht im Fußball gelandet wäre, dann? Kann ich mir gar nicht vorstellen. In meinem nächsten Leben wäre ich gerne? Wieder das, was ich im jetzigen Leben bin. Max Kurse sollte mit zur EM, weil? Ein guter Fußballer ist und weil er dazu beitragen kann, dass wir Europameister werden. Den nächsten Titel mit Wolfsburg holen wir? Im nächsten Jahr. Ui! Das Angebot als Manager zu den Bayern zu wechseln habe ich damals abgelehnt, weil? War kein konkretes Angebot, aber ich habe mich zu der Zeit bei Werder Bremen sehr wohl gefühlt. Wenn ich Ronaldos Megakörper sehe, dann denke ich? Ich muss unbedingt mehr Sport treiben. Ich mache mir jetzt mal ein bisschen объh emulate mit dem Auf daz Palestinian Blake. Das Auto steht nicht Schl veherer. SIG jkuinlich! DER공 KOMB 2 www.izione-ain-imhium q.co.g. Sie wünschen sich DER-FUHEE SIG Die Ihre jeden